Das Zeh auf der Brust und ich denke völlig zu Recht, ein Mensch, der sehr ruhig ist, aber ein großes Vorbild für alle Mannschaftskollegen. Smitty, Glückwunsch, dass du Kapitän der Adler Mannheim bist. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, es ist eine große Ehre und es ist eine große Ehre und gut, dass die Saison beginnt. Du warst in Schweden ein paar Wochen vorhin zurück. Wie war es, in Schweden zu spielen? Du warst ja ausgeliehen nach Rögle. Es war großartig. Auf jeden Fall, wenn du Hockey spielst, bist du sehr begeistert. Meine Frau und ich haben die Leute, das Team und das Land gefiel. Es war eine sehr gute Erfahrung für diese sieben Wochen. Es war für mich, um zu spielen und zehn Spiele zu spielen. Und dann kamen wir hier und die Saison wieder zurück. Und hier sind wir heute. Ich denke, es ist die wunderschöne Saison für eine Saison für jedes Team in der Welt. Wie warst du damit? Wie seid ihr mit der Situation momentan umgegangen? Ja, es war schwer. Es war schwer für alle. Für alle Körner, für alle, für alle, für alle, für alle, für alle Spieler, alle Fans, die Liga. Für mich. Ja, für Antti. Wir wollen alle spielen, alle wollen unser Job machen. Und wir müssen das noch ein bisschen aufhören und warten und warten und bleiben einfach bereit und patienten bleiben. Es war schwer. Aber ich denke, in general macht es uns heute so viel schwerer. Und wir konnten raus und spielen, haben Spaß und versuchen, ein Spiel zu gewinnen. Es war natürlich eine schwere Zeit für alle Beteiligten. Und es ist natürlich auch so, dass es umso schöner ist, jetzt zu beginnen und zu spielen. Du wirst nicht viel über Nürnberg, Nürnberg, diese Saison. Was denkst du, was die Trainer dir zeigen? Was? Was? Ja, sie haben ein paar Schirmidere gegen andere Teams in Bayern. Und wir versuchen, dass sie ein paar Spiele zeigen, die sie machen, die sie machen. Aber in general ist es ein Spiel. Du hast keine Ahnung von Informationen auf die Teams, die du spielst. Wir müssen einfach auf die Frage auf was wir machen, unsere Systeme, was wir vorbereiten haben. Und versuchen, das zu erzeugen. Das ist so, momentan kann man natürlich nicht so viel sagen über das Team. Es ist das erste Spiel, aber sie haben sich ein bisschen Video angeschaut. Und entsprechend sind sie ganz gut vorbereitet. Aber wichtig ist, dass man das eigene Spiel spielt und eben das macht, was man am besten kann. You are studying some German, Smitty. I think your German is very good. You told me before we started this interview. Maybe in a couple of weeks or months we can do it in German. Aber du lernst viel Deutsch, du liest viel Deutsch. Ja, ich versuche es. Ich begleite mein erstes Jahr zwei Jahre, aber dann habe ich einen kleinen Detour gemacht. Und ich habe entschieden, dass ich ein Master in der Edukation machen. Also in den letzten 20 Monaten war ich das beschäftigt. Aber es ist Zeit, dass ich auf Deutsch zurückgekommen bin. Ich versuche, ein bisschen Deutsch zu lernen. Ich versuche, dass ich mit meinen Zusammens in Deutschland mehr interaktiere. Und hoffentlich mit dir auch. Also er hat zunächst mal einen Master gemacht. Sein Studium abgeschlossen. Und jetzt will er wieder weiter an seinem Deutsch arbeiten. Was eigentlich sehr gut ist. Und ich hoffe, dass er es auch demnächst irgendwann unter Beweis stellt. Smitty, letzte Frage. Ich versuche, dass es ohne Fans zu spielen ist. Ich meine, das ist ein bisschen dummer. Das ist ein dummer Gefühl in einer Arena wie dieser. Wie geht das mit dir? Oder was sagst du deinen Team-Maten? Wir müssen uns selbst die Energie erzeugen. Wir müssen uns selbst die Energie erzeugen. Es kann sein, aber wir müssen uns einen Weg finden, um zu sein. Wir müssen uns sehr glücklich sein. Und die lange Laufung hilft, dass wir das Spiel nicht in so lange spielen spielen. Wir müssen uns sehr glücklich sein. Wir müssen uns wirklich glücklich sein, dass wir hier draußen sind. Wir müssen uns den Spiel genießen. Und hoffentlich werden wir von dort die Intensität schaffen, die uns hier am Hause einen Weg geben. Es ist ja sehr seltsam ohne Fans zu spielen. Aber weil sie selbst so lange nicht gespielt haben, sollten sie in der Lage sein, sich selbst die Energie zu generieren und einfach mit Energie auf dem Eis zu sein, wie es auch wichtig ist in jedem Spiel. Und das wollen sie heute auf alle Fälle versuchen. Danke, Smitty. Danke, Antti.